Hey, schön euch zu sehen! Ich bin Maxi und möchte euch gerne etwas zu den Möglichkeiten der Differenzierung im Sportunterricht zeigen. Kommt mal mit! Auf die theoretischen Grundlagen zur Heterogenität im Schulsport sind wir im ersten Video bereits eingegangen. Es gibt jedoch noch weitere Maßnahmen zur inneren Differenzierung, die ihr kennen solltet. Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt! Die Maßnahmen zur inneren Differenzierung beziehen sich auf die Materialien bzw. Geräte, die Aufgabenstellungen, die Ausführungsbedingungen, die Belastungshöhe und die Regelvariationen. In der Praxis können die Differenzierungsmaßnahmen häufig auch in Kombinationen umgesetzt werden. Im Folgenden sehen wir einige Beispiele, die prinzipiell auf alle Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote außerhalb des Sportunterrichts übertragbar sind. Beispielsweise können diese auch in Ganztagsangeboten oder im Sportverein eingesetzt werden. Bei verschiedenen Sport-, Spiel- und Bewegungsformen können unterschiedliche Materialien bzw. Geräte zum Einsatz kommen, die zielgerichtet eingesetzt werden können. Der Einsatz eines Wasserballons beim Volleyball gibt den Lernenden zum Beispiel mehr Zeit, sich richtig zum Spielgerät zu positionieren und kann so ihr Stellungsspiel verbessern. Ebenso kann die Variation der Bälle beim Passen an verschiedenen Sportarten das Repertoire an Bewegungserfahrungen erweitern und förderlich für ein zielgenaues Passen sein. Spiele können durch Veränderung der Geräte eine völlig andere Dimension erlangen. Ein Fußballspiel, in dem das Spielgerät durch einen unberechenbaren, weichen Rugbyball ersetzt wird, reduziert die technischen Fertigkeiten der Fußball-Expertinnen und Experten und erhöht die Bedeutung des Zufalls. Dies kann unter Umständen zu Kritik durch die Könnerinnen und Könner führen. Aber beim Spiel mit dem Rugby haben am Ende dann meist doch sowohl die Fußballbegeisterten als auch die weniger Fußballbegeisterten Freude. Eine sehr häufig angewandte und mit einfachen Mitteln umsetzbare Form der inneren Differenzierung ist die Variation der Aufgabenstellung. Je nach Können und Vorlieben kann an einem Gerät die Aufgabe für verschiedene Heranwachsende unterschiedlich ausfallen. Beim Sprung mit einem Minitrampolin auf eine Matte können den Lernenden unterschiedliche Aufgaben gestellt werden. Während einige von ihnen noch den Strecksprung versuchen, können andere bereits den Hocksprung oder den Grätsprung üben. Andere wiederum, die weiter sind oder über die entsprechenden Kompetenzen verfügen, können ihre Bewegungsfertigkeiten beim Salto oder ähnlichem schulen. Die Lernenden müssen an einer Station also nicht dieselben Aufgaben verfolgen. Die Ausführungsbedingungen können auf verschiedene Arten geändert werden, damit die Lernenden Erfolgserlebnisse erfahren. Beim Springen und Fliegen über Hindernisse kann beispielsweise ein Arrangement aufgebaut werden, bei dem verschiedene Geräte hin bewältigt werden können. Mehrere unterschiedlich hohe Böcke und oder Kästen können gleichzeitig aufgebaut werden und den Heranwachsenden bleibt es selbst überlassen, welches Hindernis sie überwinden wollen. Auch sind spezielle Gelände und Gerätehilfen denkbar. Zum Beispiel verschiedene Absprunghilfen beim Sprung über den Kasten, wie das Sprungbrett oder das Minitrampolin, schiefe Ebenen beim Felgaufschwung oder Auftriebshilfen beim Schwimmen. Auf diese Weise kann auch die Netzhöhe beim Volleyballvariable gestaltet werden. Zum Üben des Schmetterschlages ist es zum Beispiel hilfreich, wenn das Netz schräg aufgespannt wird, um alle Körpergrößen und Sprunghöhen der Lernenden zu berücksichtigen. Bei Wurfspielen können die Trefferzonen unterschiedlich groß gestaltet werden, damit sich die Kinder und Jugendlichen die Ziele aussuchen können, die ihren Bewegungsanforderungen entsprechen. In einem Wettkampffspiel könnten den Trefferzonen dann unterschiedlich große Punktzahlen zugeordnet werden. Auch der variable Umgang mit der Spielfeldgröße kann als Differenzierungsmaßnahme eingesetzt werden. Bei Wurfspielen bzw. beim Üben vom Passen und Fangen können die Abstände der Paare zueinander vergrößert werden. Außerdem kann das Spielfeld, gerade bei den großen Spielen, in verschiedene Zonen aufgeteilt werden, in denen sich nur die zugeordneten Heranwachsenden aufhalten dürfen. Diese Aufteilung verringert den Druck auf die Lernenden und kann entlastend auf weniger spielstarke Kinder und Jugendliche wirken. Die Anzahl der Spielerinnen und Spieler hat einen Einfluss auf die Dynamik des Spiels. Beim Spiel in kleineren Gruppen sind die Anforderungen an die Spielfähigkeit sowie die Kondition höher, weshalb dies bei fortgeschrittenen Gruppen Anwendung finden kann. Die Belastungshöhe hängt eng mit den Ausführungsbedingungen zusammen. Sie kann variiert werden, indem Lernenden z.B. beim Krafttraining ermöglicht wird, das Gewicht oder die Wiederholungszahl ihrem individuellen Leistungsstand anzupassen. Beim Ausdauertraining kann beispielsweise eine Strecke ohne Zeitangabe bzw. eine bestimmte Zeit ohne Streckenangabe gelaufen werden. Alle bewegen sich ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend, soweit sie können. Ein Ausdauertraining kann ebenso spielerisch erfolgen. Mit Kindern bietet sich z.B. das Spiel Schatzklau an. Zwei Teams stehen sich gegenüber und müssen möglichst viele Schätze, wie z.B. Tennisbälle, Handbälle oder Basketbälle des jeweils anderen Teams klauen, indem sie diese auf die eigene Seite bringen. Dies erfolgt mittels unterschiedlicher Aufgabenstellungen. Als Aufwärmprogramm zum Basketball können die Kinder aufgefordert werden, in der ersten Runde einen Ball zu tragen, in der zweiten Runde zwei Bälle zu tragen, in der dritten Runde mit der rechten Hand einen Ball zu dribbeln, in der vierten Runde mit der linken Hand einen Ball zu dribbeln. Die Belastungshöhe kann dabei durch die Vorgabe der Zeit variieren. Mit Jugendlichen könnte nach dem gleichen Prinzip Takeshis Caster gespielt werden. Es werden zwei Teams gebildet und ein Hindernisparcours aufgebaut. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit, welche je nach Stärke der Gruppe variiert werden kann, versuchen die Mitglieder des einen Teams, den Parcours so oft wie möglich zu durchlaufen, während das andere Team versucht, sie mit Softballen abzuwerfen. Wird eine Person getroffen, muss sie sich erneut hinten anstellen. Jeder erfolgreiche Lauf bringt einen Punkt für das Läuferinnen- und Läuferteam. Regelvariationen als Differenzierungsmaßnahmen werden in der Regel bei Spielen eingesetzt. Das gemeinsame Ziel aller Regelveränderungen ist eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe aller Spielerinnen und Spieler. Hierzu sind mehrere Möglichkeiten denkbar. Die Anzahl der Ballkontakte kann festgelegt werden. Beim Streetball kann zum Beispiel eingeführt werden, dass innerhalb des Teams drei Pässe gespielt werden müssen, um Alleingänge zu unterbinden und den Fokus auf Spielzüge zu legen. Ebenso können die Wertungsregeln verändert werden. Zum Beispiel kann beim Basketball unter Umständen bereits ein Ringtreffer mit einem Punkt honoriert werden. Beim Volleyball kann denjenigen, die schon sehr gut schmettern können, zum Beispiel nahegelegt werden, sich auf das Pritschen und Baggern zu konzentrieren und dabei zu versuchen, bestimmte Personen der eigenen oder gegnerischen Mannschaft in Szene zu setzen. Ungeübteren kann zum Beispiel erlaubt werden, dass der Volleyball vor dem Zuspiel einmal den Boden berühren darf. Bei den Handlungsregeln geht es also darum, einerseits eine eigentlich erlaubte Spielhandlung zu verbieten und andererseits eine eigentlich nicht gestattete Spielhandlung zu erlauben. Das waren exemplarisch einzelne Beispiele, die in einem eher geschlosseneren Sportunterricht für die Planung als Orientierung dienen können. Wichtig ist, die hinter den Beispielen liegenden Prinzipien zu verstehen, um diese auf weitere Bewegungsspiel- und Sportsituationen übertragen zu können, um während einer Einheit situativ zu reagieren und individuelle Differenzierungsaufgaben einsetzen zu können. In einem offeneren Unterricht können innerhalb eines gemeinsamen thematischen Rahmens Bedingungen ermöglicht werden, die eigene und von anderen differente Bewegungslösungen zulassen und zum Ausdruck bringen. Ein Königsweg dabei ist es, entsprechende Bewegungsaufgaben zu stellen. Wie so eine Bewegungsaufgabe aussehen kann, zeige ich euch anhand des Tuchplays. Tuchplay ist eine Abwandlung von Zipplay und kann sehr gut bis ca. zur 7. Klasse praktiziert werden. Beim Tuchplay halten zwei Lernende gegenüberstehen an den Rändern eines festen Baumwolltuches von ca. 80 x 80 cm fest und versuchen, Bälle oder ähnliche Materialien in der Luft zu halten. Vorteile beim Tuchplay im Vergleich zum Zipplay sind das günstigere Material sowie die Betonung des Kooperierens, in dem die Zweierteams sich abstimmen und ein gemeinsames Rhythmusgefühl entwickeln müssen. Entscheidend für eine gelingende Ausführung ist, dass der Ball im Tuch ruhig liegt und das Paar, leicht aus den Knien, das Tuch synchron spannt, um es als Schleuder nutzen zu können. Beim Fangen muss sich das Zweierteam dagegen zum Ball positionieren und diesen leicht in die Knie gehend ansaugen. Kommen wir nun zur exemplarischen offenen Sportunterrichtseinheit zur Tuchgewöhnung beim Hochwerfen und Fangen mit verschiedenen Materialien beim Tuchplay. Zur Tuchgewöhnung werden je nach Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahl verschieden große Baumwolltücher und oder Handtücher mit unterschiedlichen Materialien ausgelegt. Das können Basketbälle, Volleybälle, Gymnastikbälle und kleine Medizinbälle sein. Ebenfalls sehr gut geeignet sind Reißsäcke, da sie am Tuch kleben. Jeweils zwei Heranwachsende gehen zusammen und bekommen folgende Bewegungsaufgabe. Nehmt euch zu zweit ein Tuch und versucht, eines der Materialien mit dem Tuch hochzuwerfen und wieder zu fangen. Ihr dürft die verschiedenen Materialien alle ausprobieren. Grundsätzlich sollte den Heranwachsenden ausreichend Zeit zum Ausprobieren gelassen werden. In den meisten Fällen beginnt dann ein Paar nach einer Weile einen Rhythmus, wie zum Beispiel ein, zwei Hepp, zu entwickeln und laut vorzusprechen. Solche Lösungswege können im Verlauf der Einheit immer wieder dazu genutzt werden, um die Gruppe zusammenzurufen, um die jeweiligen Teams ihren Lösungsansatz vorführen sowie beschreiben zu lassen. Grundsätzlich sollten in dieser Tuchgewöhnungsphase verschiedene Lösungswege zugelassen werden. Die Lehrkräfte können mit zusätzlichen Aufgabenstellungen helfen, falls einzelne Paare keine Ideen mehr haben oder Lösungswege entwickeln, zu deren Bewältigung die Grundlagen fehlen. Sobald das Werfen und Fangen mindestens in der Grobform beherrscht wird, gehen immer zwei Paare zusammen und werfen sich verschiedene Materialien gegenseitig zu. Wichtig ist hier darauf hinzuweisen, dass die Materialien möglichst lange hin und her gespielt werden sollen. Auch die Vierergruppen sollten die Möglichkeit erhalten, ihre Varianten der Großgruppe vorzustellen. Dieses Prinzip kann bis zum Hochhalten eines oder mehrerer Materialien in Großgruppen bzw. in der Gesamtgruppe fortgeführt werden. Zum Abschluss der Stunde können die Lernenden die Materialien durch bzw. in spezifische Markierungen befördern. Dies besitzt einen hohen Aufforderungscharakter und schult die Zielgenauigkeit beim Werfen mit dem Tuch. Hierfür können verschiedene Stationen aufgebaut werden. An einer Station können zum Beispiel an den Ringen oder ähnlichen Konstruktionen Hula-Hoop-Reifen in verschiedenen Größen in unterschiedlichen Höhen angebracht werden. Die Lernenden erhalten die Aufgabe, die verschiedenen Materialien durch die verschiedenen Reifen zu befördern. An einer weiteren Station kann in einer Höhe von ca. 3 Metern ein Seil gespannt werden, hinter dem sich verschieden große Markierungen auf dem Boden befinden. Dies können unterschiedlich große Hula-Hoop-Reifen sein, ein kleiner Kasten mit der offenen Seite nach oben und ein mit Kreppband markierter größerer Kreis. Die Markierungen sollten so gewählt sein, dass alle Heranwachsenden ihre individuell angemessenen Bewegungsherausforderungen finden und Erfolgserlebnisse erfahren können. In einem weiteren Bereich der Halle kann zudem eine kleine Arena aufgebaut werden, in der Paare gegen andere in einen Wettkampf treten. Mit den Tüchern und einem geeigneten Ball kann unter anderem eine Tennisvariante gespielt werden, eventuell auch im Doppel, also zwei Paare gegen zwei Paare. Die Auswahl und Organisation an den Stationen kann den Heranwachsenden selbst überlassen werden, wobei sie zwischendurch animiert werden sollten, die verschiedenen Materialien auszuprobieren, um ihre Flugeigenschaften kennenzulernen. Die Lehrkräfte achten beim Aufbau auf Gefahrenquellen und fungieren als Lernbegleitung. In einem Unterrichtsvorhaben kann der Einsatz der Tücher bis zu einem Spiel über ein Netz erfolgen, ähnlich wie beim Volleyball. Wie deutlich wurde, kann es auch innerhalb eines offenen Sportunterrichts hilfreich und notwendig sein, an die Gruppe und Situation angepasste Differenzierungsmöglichkeiten von Anfang an einzusetzen und weitere gezielt im Hinterkopf zu haben. Beim Tuchplay können zum Beispiel diverse Aufgabenstellungen eingebracht werden, um den Paaren und Gruppen individuelle Lösungswege zur Tuchgewöhnung zu ermöglichen. Hier einige unkommentierte Beispiele. Fassen wir zusammen. In geschlossenen Unterrichtskonzeptionen kann auf vielfältige Art und Weise eine innere Differenzierung erreicht werden. Allerdings erfordert dies eine gut entwickelte diagnostische Kompetenz der Lehrkraft. Heranwachsende sind jedoch meist in der Lage, selbst ihre optimalen Bewegungsherausforderungen zu finden, wenn ihnen der dafür notwendige Rahmen geboten wird. Hier darf den Lernenden durchaus mehr zugetraut werden. Die innere Differenzierung als methodische Lösung kann daher in nahezu idealer Weise in offenen Unterrichtskonzeptionen erreicht werden. Die Aufgaben sollten so gestellt sein, dass für alle ein gleicher thematischer Rahmen geschaffen wird, in dem vielfältigen Lernvoraussetzungen, Bedürfnissen, Wegen, Zielen und Möglichkeiten entsprochen werden kann. In Abhängigkeit des individuellen Leistungsstandes kann bei Bedarf Hilfestellung durch Variation der Geräte bzw. Materialien, der Aufgabenstellungen, der Ausführungsbedingungen, der Belastungshöhe und der Regelvariationen geleistet werden. Dabei sollte eine motivierende Atmosphäre hergestellt und ausreichend Raum zur Vorstellung der individuellen Ergebnisse ermöglicht werden, damit sich eine wertschätzende Haltung gegenüber der Heterogenität entwickeln kann. So erfahren die Lernenden, ihre Differenzen nicht als Defizite, sondern als Bereicherung zu sehen und die Stunde trägt neben der Vermittlung von neuen Inhalten auch zur Persönlichkeitsförderung der Heranwachsenden bei. So, und nun seid ihr an der Reihe. Sucht euch eine Bewegungs-, Spiel- oder Sportform aus, wie zum Beispiel Badminton oder Slackline und entwickelt Differenzierungsmaßnahmen für einen geschlossenen und einen offenen Sportunterricht. Viel Freude und Erfolg!